Ja, du musst jetzt sagen, wie geil das hier ist. Voll geil. Auch wenn ich schon wieder gefilmt werde. Was ganz dreckig ist. Agnes. Nämlich, nicht mehr. Ja, du musst jetzt die Word. Ich kann nicht mehr Honig sein. Ich will noch mal kurz den Bannalpsee filmen, der ist da unten, da ist der Bannalpsee, da sind wir hergekommen, da drüben, und da müssen wir noch hoch, das ist ganz schön steil, aber das schaffen wir es. Und hinter diesem Glas ist der Gipfel vom Kaiserstuhl.